Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr angeschaltet habt bei einer neuen weiteren Runde. Knüffel mit Peter, Christian und Jay. So, jetzt. Ah! Ja, genau! Ich nehme mal die drei Sechsen, vier Sechsen. What the fuck, Alter? Komm jetzt! Jawohl! Knüffel! So fängt man aber hier entspannt an. Ganz entspannte Runde hier. Das ist doch richtig beschissen jetzt. Peter, steile Oma 69 ist halt einfach krass. Ihr seht, da oben unsere Tables. Da oben unsere Tables. Jetzt noch vier. Gar nix! Streich einfach Knüffel. Ja, würde ich auch machen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass man das schafft. Boah, das ist richtig beschissen. Ich weiß auch, ob der Peter... Ich streiche doch die Einsen. Ja, ich streiche auch die Einsen. Scheiß auf die Einsen. Wir haben eine Eins. Das wird nicht nachher über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ah, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Wird ein Full House. Ich glaube, man sollte nicht auf Full House gehen. Ja, würde ein Full House, Peter. Pass auf. Ach du Scheiße, als ob du das auch schweißt. Ja, das dauert alles ein bisschen. Wenn ich die Würfel anklicke, dann ruckeln die sich da in diese Felder rein. Ja, sehr gut, dass du nur insgesamt jetzt noch 40 Sekunden hast und zwei Mal zum Würfel. Ja, genau, der macht es! Mann, ey! Man sieht den Chat übrigens nicht im Video. Oh, das ist aber schade. Ja, vielleicht ein Haus, Christian. Die haben es versteckt. Full House. Drei gleiche oder ein paar. 25 Punkte. Das ist egal, wie hoch die sind, oder wie? Ja. Das ist richtig. Das sind immer 25. Ja, das ist schon nice. Hast du in deinem Leben noch die Kniffe gespielt? Ja doch, aber vielleicht ist ja ein Full House mit 6 und 5 geiler als mit 3 und 4. Ey, geh auf Full House. Hey! Ich mach mal Zahlen richtig. Würde ich auch machen. Peter, hast du auch schon hart auf die Zahlen gegangen mit seiner Eins. Ja, guck mal, hast du drei Vieren, du Loser. Okay. Drei Vieren ist schon scheiße. Oh, vier Sechsen, zack. Ah, hier nehm ich noch die zwei Sechsen ganz entspannt. Und zack, jawohl. Und da geht er wieder. Und Nummer 6, komm. Was ist das für eine Scheiße hier? Boah, jetzt ist, glaube ich, tatsächlich das das Wichtigere. Ey, das ist halt wirklich unfassbar. Also, das Klang finde ich das doch ganz angenehm. Das kann nicht wahr sein. Du kennst das doch. Das ist doch, dass man hier auf der Webseite auch Autowürfeln machen kann. Das ist mega sinnvoll. Man fliegt so weit hoch und irgendwann werde ich gleich wieder richtig landen. Und zwar als Bruchlandung. Komm, wir gehen auf Full House. Peter! Oh, da ist er tot. Oder 3-2. Nein, keine 3-2. Schade. Christian ist dran. Kann man eigentlich für den Chat hier gebannt werden? Ey, das sieht man ja nicht. Der Chat ist nicht im Video zu sehen. Ich wiederhole das nochmal. Das ist doch gut so. Ich kann nicht. Es gibt so einen deutschen Chat mit 100 Leuten. Ich glaube, den dürfen wir auch nicht zeigen. Besser ist das. Komm, mach es die 5. Ja, ich muss nur die Würfel alle einsammeln. Das dauert alles ein bisschen. Christian, das Spiel ist auch kraftvoll. Das ist der Anspruch, muss ich sagen. Schwierig jetzt. Was hast du gemacht? Ist das Chance schon bei dir? Was? Er ist auf die 2 gegangen. Weil er eine 2 hatte. Ja, wir machen jetzt einfach Kniffel. Was hat er gesammelt gerade? Was ist Chance? Chance weiß ich auch nicht. Chance ist doch hier ganz unten, hat Fragezeichen. Wo einfach alle Würfel... Müll wegwerfen sozusagen. Ach, ja. Oh. Das ist Full House. Nee, ich gehe auf 4-5. Ich gehe auf 4-5. Let's go. Ach, komm, ich bin ein Lackenhaus, ey. So ein Lackenhaus. Was ist das für eine Scheiße hier? Ja, okay. Jetzt verpasst du aber, dass eine exklusive Osterkopf-Sammlung bereit ist in den 1000 C-Räumen. Komm, ich nehme doch mal die 6, oder? Ich habe ja noch ein paar. Das ist ja Jay günstig. Aber wofür die 6 jetzt? Was ist denn das für ein Schmutz? Für die 3er oder 4er? Kannst du gleich Faust eintragen, oder? Jay kann doch verlieren, ne? Ist ja... Für die 3er oder 4er? Ja. Peter ist dran. Was hast du jetzt? Achso, bei den 3 gleichen. Also ich bin gerade im Deutschland-Chat und ich muss sagen, da treffen sich alle Arbeitslosen und Rentner. Oh, ich dachte, ich dachte die 3... 1, 2, 3 wären... Du kannst dann nur die 3en nehmen. Also... Nee, du kriegst die 3, plus die anderen werden alle Augen zusammengezählt. Alter. Peter, du würfelst irgendwie nicht so die richtigen Sachen. Ich würfel mega beschissen einfach nur. Was versuchst du denn da gerade? Ja, ich bin auf die 4en gegangen. Das ist endlich mal das schönste Würfelspiel, was es gibt, wo Peter mal nicht gewählt hat. Oh. Alter. Ich habe jetzt Chance eingetragen. 4 Sechsen? 2, 3, 4... Was? 24 für eine Chance. Das ist aber schwach. Ja, ist es auch, aber man kann nicht machen. Oh, komm Christian. Gönn dir Knüffel. Komm. Dö. Oh. Wieso hast du das denn schon vor mir gesehen? Oh mein Gott. Herr Christian, bei dir ist die Animation immer ein bisschen... Später. Was ist das denn hier? 3er Pasch. 4 Sechsen ist doch mega. 3er Pasch oder 4 Sechsen? 4 Sechsen ist mega. 3er Pasch? Wenn dann 4er Pasch. Ich würde sagen, 4er Pasch, mehr geht doch gar nicht. Nee, geht auch nicht. Denn doch. Ja, klar. Du kannst 30 haben, wenn du 5 Sechsen hast. Ja, aber nicht beim 4er Pasch. Doch, Alter. Warum hat der wohl 25 aufgeschrieben? Bei 4 Sechsen und einer 1. Ach so, lol. Ach so, der zusätzliche Würfel zählt dann auch noch. Ja. Hm. Das ist nicht so gut. Ich würde auf die Sechsen gehen. Das ist nicht so gut. Man hat's eingetragen, Seb. Ah, die 2. Eine 2 für die 2. Ja, Peter macht wieder... Wer ist denn überhaupt dran? Ah, Peter wieder, ey. Jay ist dran. Oh, easy game. Next. Wieso ist Jay so krass im Knüffeln? Das verstehe ich auch nicht. Weil ihr scheinbar die Regeln nicht mal kennt. Ja, nicht alle. Das stimmt allerdings. Ich weiß allerdings nicht, ob das was an meinen unglücklichen Würfen... Stark. Jay hat schon reingepayt. Rein. Das war auch stark. Das ist doch super, Peter. Ich habe mir den Season Pass schon geholt hier auf der Seite. Ja, ich glaube auch. Jackpot mit 675 Punkten. Finde ich schon frech, Jay. Die knack ich gleich wie Jackpot. Ich habe einen 4er-Pasch eingetragen. Hätte ich auch bei den 5en eintragen können. Die Sechsen bringen mir doch gar nichts mehr, oder? Ja doch, 3er-Pasch zum Beispiel. Und Christian, du hast die Sechsen doch noch gar nicht oben eingetragen. Das stimmt. Stark. Komm. Oh. Full House. Ja, habe ich schon. Oder F3er-Pasch. Oder? Ja, F3er-Pasch. Sechsen oben. Ich mischse dran. Jay hat eh schon so viele Punkte. Ja, Jay mit dem Royal Dice ist er auch schon handy. Ja, Mann, Royal Dice kann ja instant bei jedem kommen. Kniffel. Oder Kniffel. Royal Dice. Ist das denn dann auch punktgleich, ob du 5 Einsen oder 5 Sechsen hast? Ja. Wir sind immer 50, glaube ich, ja. Geh auf Full House, Sepp. 2 Sechsen nehmen und dann schön Full House. Ich hasse Jay in diesem Spiel maximal einfach nur. Das ist eine gute Chance. Das ist eine gute Chance. Das ist eine gute Chance. 24 hast du bei mir gesagt, wir voll scheißen von der Chance. Jawohl, wieder ein paar Sechsen. Zack, zack, zack. Reiner. Jay. Jay lavert sowieso die ganze Zeit nur Müll. Na komm, die 4 behalten wir. Oh, da haben wir doch hier. Easy Game. Zack. Was hast du gemacht, Jay? Ja, die 4 wieder. Mega. Musste ich ja. 28 hat er schon. Der hat schon 150 Punkte. Das ist wahrscheinlich mehr, als wir alle haben werden. Hm. Das glaube ich nicht. Dann würde er ja auch gewinnen. Das ist ja alles richtig beschissen. Hm. Ich würde auf jeden Fall, ey. Ich würde weiter auf die Sechsen gehen, Peter. Ich würde auch weiter auf die Sechsen gehen, Peter. Achso, du bist vorbei. Was hast du denn jetzt gemacht? Das war mal. Das ist ein Lauf. Du hast ein 1. Ach, lol, nein. Ich habe eine 4 eingegeben. Nein. Bei Sechsen. Du bist schon... Ach, 10 im Minus. Autsch. Das ist hart. Oh, the street kann kommen. Oh, das ist so stark. Die große Straße. Da ist sie doch. Come on. Ein ganzer linker Arm ist zerschnitten, weil ich gestern mit einem Hundewelpen gespielt habe. Also, sieht das so aus, als würde ich mir das selber hinzufügen. Tue ich aber nicht. Ich hoffe nicht, Peter. Sonst müssen wir nochmal reden. Über den Hundewelpen. Was war das hier drin? Alter. Ein Golden Retriever. Oh, cool. Das war echt cool. Das wäre die Weiße, unseren Zweithund. Okay. Aber der hat noch echt scharfe Krallen und scharfe Zähne. Ja, das haben alle Welpen. Ja, gerade wenn die die ersten Zähne halt auch haben. Also, die sind super scharf. Du hast einen super scharf, Mann. Da kam wieder der E-Ratsotter. Das ist doch alles Kacke. Das ist doch Kacke. Und die 6, CJ. Jawoll. Guck mal, Alter. Der lackt sich da auch ein. Ach, Mann. Ihr seid einfach richtig schlechte Gewinner. Wir sind schlechte Gewinner. Du gewinnst. Ach so. Ja, stimmt. Ich gewinne. Boah, ich weiß nicht, woher. Ich gehe auf 5. Ja, setzen 5, Peter. Nice. Komm, Peter, noch 5. Mann, ey. Mann, 3. Ist doch nicht schlecht. Ja, finde ich auch gar nicht so schlecht. Dreierpasch hier. Ist doch gut. Wer den Dreierpasch nimmt. Nice, die 6. rein. Aber was soll ich denn? Ach so, doch, ich habe die 6. noch nicht. Ja, Sigi. Immer rein. Jawoll. Komm, jetzt noch 2 6. Ach so, ich habe den Dreierpasch. Ja, ich habe den Dreierpasch. Was, das ist echt voll exciting. Na ja, ich merke das schon. Habt ihr früher viel gekniffelt in der Familie? Ja, viel. Ja, und meine Oma hat mich immer abgezogen. Ah ja, das war die Geschichte. Deswegen ist das auch so induktioniert, diese Regeln und alles. Also meine Oma sagte immer, im Spielcap war keine Verwandten. Sie hat damals schon Jay gestählt. Der liegt einfach full house. Ja, was soll ich mit dem Schmutz? Da hast du schon eine Nummer aufschreiben. Ja, zack. Komm, noch eine 3. Jawoll, Knippe Royal Dice. Jawoll. Schön 15 Eintrag bei den 3. Jawoll. Hey Mann, ich habe, Leute, weil ich das nochmal bekommen habe, habe ich unten plus 100 bekommen. Oh mein Gott. Und ich durfte die Pumsen auftragen. Was? Du kannst, glaube ich, schon aufhören und gewinnt es trotzdem. Was? Das ist aber hier eine komische Regelung. Die kenne ich auch noch nicht. Du hieß doch einfach nicht als 1er Knüffel. Ja, ich bin damals halt ins Trainingscamp mit meiner Oma. Das war schon, das waren schon kratte Zeitencamp mit meiner Oma. Oh, du scheiß. Die hat dich richtig gut gemacht. Ja. Das ist ein fucking Knüffel, Alter. Ja, ja, ja. Endlich mal ein gutes Würfelspiel. Was ist denn hier eine kleine Straße? 1, 2, 3, 4. 4 aufeinander folgende Würfel. Genau. 1, 2, 3. Das heißt, ich brauche nur eine 4. Ja, mega. Ah, komm, nochmal. Ich weiß, wie das ausgeht. Jawohl, ja, 2 1en, weiter. Ist okay. Das ist so traurig hier. Ich verstehe gar nicht, dass ihr das einem überhaupt nicht gönnt. Ihr seid so richtige Nichtgönner. Du! Was ich? Du gönnst auch nie. Ich gönn voll. Ich hab keine 4en schon? Wie? Nee, ich hab mich voll gefreut, als du fast die Kniffe geholt hast. Ja, weil du ohne einen holbar bist. Ja, weil fast die Kniffe geholt hast. Wenn ich bei Game of Life gut würfel, dann will ich mal sehen, wie du gönnst. Ja, dann gönn ich auch nicht. Dann ist auch Game of Life und ich kniffel. Ja. Ich hab das Gefühl, vollhaus ist das leichteste zu würfeln hier. Ja, das ist auch nicht so schwer. Oh. Die haben ja schon die dreien. Ah. Ja, muss man die... Nee, die 5en haben ja auch schon. Die 5en haben ja auch schon. Meiner jetzt. Kleine Straße, große Straße. 3, 5, 6. Das ist doch scheiße. Guck mal hier. Zack. Und nochmal 2. 2. Mega. Ja, eine 1. Passt schon. Eine 1. Der hat 24 bei 6, also der triegelt bei ihm. Er sichi. 15 bei 3. Er sichi. Ah, schade. So eine Scheiße. Hätte ich dir gegönnt, Peter. Dankeschön, dankeschön. Oh, komm, kniffel jetzt. 3 hast du ja aber nicht. 3 Stück ist doch schon gut. Ah, komm jetzt. 3 und 3 ist wahrscheinlich. Falsche 6. Hey, was ist das? Das war ein Luch-Game, Alter. 9 bei 3. Ich hätte überhaupt nicht. Ja, ähm, die 6. Sepp, komm. Brauchst du noch die 6? 3, 4, 5, 6. Oh, Christian kann die Modus machen. Komm, die 3. It is. Hurra. Yes. Komm, 1 oder 6. Komm, 1 oder... Ah. Ah, das ist unlucky. Das ist das hier. 1, 2, 3 und 4 haben wir doch. Ah, stopp. Und jetzt rein in die 5. Rein in die 5. Jawoll. So macht man das. Ey, können wir mal bitte... Also, der ist doch am Cheaten. Super gemacht, Jay. Dankeschön, Dankeschön. 2, 3, 5, 6. Ich bin gerade im Deutschland-Chat gewesen und habe gefragt, ob man so Tipps hat für Knüffel. Ja. Dann haben die mir ein paar geschrieben. Bei dir klappt das leider nicht. Nur bei Jay. Ah, schön. Jawoll. Sehr gut, Peter. Gut gemacht, Peter. Dankeschön. Jay hat 323 Punkte. Also, das ist schon stark. Dann müsst ihr euch mal ein bisschen anstrengen. Wie kann das sein, dass ein Glücksspiel ist, wo ich scheiße bin? Das ist verboten. Würfelspiel. Würfel auch noch, Peter. Ja, das ist jetzt... Hm. Ha. Schwierig. 8, 3, 4 ist jetzt nicht so geil. Nein, ist nicht so geil. Aber den Rest zu streichen ist noch scheißiger. Ah, da haben wir Roller. Das kann man schon streichen. Das kriegt man sowieso nie. Ach nee, warte. Das ist doch gar nicht so schwer. Komm, ich brauche 2 Sechsen noch. Ach. Pfuh. Wo hast du das eingetragen? Ja, Roller Dice gestrichen. Ach so. So, was haben wir denn? Ich brauche nur die 4. Und ich brauche nur die 2. Und ich brauche nur eine Straße. Eine kleine. 3, 4, 5. Jetzt strauchelt er, meine Freunde. Ja, Tatsache. Das ist eine Tatsache. Ah. Das geht zu Ende. Boah. Du kannst 4 bei 4 machen. Total egal. Ja, aber 59. Mit 59. Wetten wir dann noch. Machen wir die 4 rein. Brauche ich 2, 2. Das wäre wichtig. Ja, da hast du 2, 2. Bei Peter. Peter, 2 sind doch gut. Brauchst du doch. 2 sind gut. Komm, Peter. Kniffel. Let's go. Jawohl. Komm, Peter. Jetzt 2er Pasch. Oh. Schade. Mahechen gegönnt. Danke. Fast. Christian. Stark. Die Straße. Einfach so rausgeballert. Einfach die kleine Straße. Aber hast du ja schon. Du brauchst ja nicht. Nee, kann doch machen. Die kleine Straße. Ja, wir gönnen dir. Ist immer noch. Und noch mal eine große Straße hinterher. Ja. Haben wir schon. Ach nee, sind wir noch nicht. Fehlt noch Kniffel, 5er, 6er. Oh, mir fehlen vor allem die 6er. Ich brauche jetzt vom Kniffel. 3er Pasch. Eine gute Chance. 3er wenigstens. Oh, wenigstens noch ein 3er Pasch gekriegt. Ist doch stark. Geht so. Ich brauche 4 Sechsen, damit ich den Bonus bekomme. Scheiße. Alter, da gab es ja noch einen Bonus. Den habe ich ja ganz vergessen. Ja. Was? Du musst oben. Wenn du oben 63 Punkte hast, dann kriegst du nochmal einen Bonus. Das war das die ganze Zeit. Ich dachte, hier kannst du Level steigen bei Royal Dice. Nein. Was meinst du, warum ich hier so versessen bin, da die richtigen Sechsen zu dürfen? Den hat ja nicht mal Jonathan. Das heißt, der ist völlig unmöglich. Ja, Jonathan ist unmöglich. Den Bonus habe ich noch nicht, weil ich noch nicht die 2, 2 genommen habe. Da fehlt mir ja die 4, das ist ja auch blöd. Komm, ich gehe auf die Sechsen jetzt hier. Geil, mit einem. Let's go, Peter hat bei mir auch schon gut funkliniert. Okay, 5, 4, ich brauche dann einfach nur noch eine 3. Ich gehe nicht auf die Sechsen. Jetzt kriegst du zwei Sechsen. Scheiße. Aber da ist bestimmt keiner. Naja, unmöglich. Christian, let's go. Tut mir leid. Äh, das ist aber auch nicht so. Ah, mega. Hört ihr diesen Schmerz bei Jay? Er ist super leid. Der ehrliche Schmerz. Steht nicht. 2, 3, 4. Sechsen brauchst du noch, Sepp. Ah, das ist gefährlich, ne? Ach, ich lebe gefährlich. Na, komm, jetzt die 5. Fällig ist mein zweiter Fall. Ah. Schade. Ah, da würde ich die 4 wegstreichen. Den 4er-Pasch. Ah. Hey, Augebach. Das tut weh, das tut weh. Ah, hier die 2. Null Nummer einfach. Ah, da haben wir doch die 2. Was reicht denn schon, ne? Ah, zack. 2, 2. Da ist er. Ui. Guck mal, 35 Bonuspunkte kriegt der nochmal in den Arsch. Also 400 Punkte kann man ja schon schaffen. Also die 100 Bonuspunkte von dem zweiten Royal Dice, die würde ich immer hier sehr stark ankreiden. Ja. Selbst ohne. Wir können die auch runterrechnen. Das ist auch fein für mich. Ja, ja, aber das ist schon Spaß. Das ist auch fein. Das ist okay, wenn wir die runterrechnen. Das gewinnt sowieso. Ja. Ja. Aber überall was eintragen können. Ja, das ist schon stark, wenn man so gut spielen kann. Dankeschön. Ja, man muss halt auch immer die Würfel zum richtigen Zeitpunkt wählen, ne? Das ist immer wichtig bei so Kniffeln. Ja, ich bin neidisch auf deine Skill. Das glaube ich dir sogar wirklich. Was ist das denn jetzt? Das sind 3 Hinsen, eine 2, eine 5. Du brauchst da die 6, Sepp. Große Straße. Große Straße. Ja, 1, 2, 5. 1, 2, 5. 3 und 4. Ey, wieso hast du die 1 nicht mitgenommen? Deine Mutter. Die 1 hättest du jetzt gut gebrauchen können, ne? Ne, du kannst ja nachher auch mit einer 6 arbeiten. Das ist eh alles schmuh und... Ja, aber die 0, 147 Punkte ist echt nicht so viel. Oh, Sepp, das könnte schwierig werden. Ich will den Bonus. Ohne Bonus nichts los. Hier, reicht mir die 4. Ne. Jawohl, ja. Ich glaube, die 6 sind raus. Ja, zack. 400. 420! So macht man die Punktzahl. So macht man die Punktzahl. Let's go. Aha. 420. So. Das ist ein Ice-Code, den meine Eltern noch nie erreicht haben oder so. 320 wäre das, ne? Ne, weiß ich auch nicht. Wurde, hätte ich wahrscheinlich auch diesmal da richtig nass gemacht. Jetzt kann auch der Royal Ice-Code von Christian. Hm, schade. Schade, das ist schade. Das geht jetzt weiter. Ja, Juan. Ja, aber so ein Typ wäre schon schön gewesen. Ja, wäre schon schön gewesen. Eine 6, ey. Zwei. Eine 6. Zwei Sechsen. Oh, da ist so. Oh, Sebastian, das könnte der letzte Platz für dich sein. Aua, aua, aua. Ich glaube nicht. Ich akzeptiere ihn nicht. 200 Punkte hätte man schon haben sollen. Du hast gewonnen. Jawohl. Die steile Oma 69. Haha. Glückwunsch, Jonathan. Geil. Neun Münzen bekommst du dafür. Ja, mega. War aber auch eine gute Leistung. Ich bekomme eine Münze. Seppel hat als einziger nichts zurückbekommen. 159 Punkte. Das habe ich ja fast mit meinen zwei Knüffeln hingekriegt. Tja. Damit beenden wir auch dieses grandiose Tournie der Opas. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.